Was? Kein Team hier? Was? Oder man hat halt einfach mal nur ein paar die nach Milter gehen über uns. Ich geh zur großen Halle. Wir looten jetzt hier einen Helm, eine Weste und vielleicht ein, zwei Medis und eine Rifle natürlich. Und dann gehen wir nach Milter. Da hab ich erstmal nur eine Schrotflinte gefunden. Ich hab dieses Sound-Ding ausgemacht. Das ist mit dem lauter, leiser machen, weil es ist nicht on the fly. Das ist nachträglich, ja. Das ist das Problem. Es reguliert immer wie die letzte Sekunde warte oder sowas. Genau, und das ist das Problem. Das heißt, ich mein, schon musst du fünf Sekunden warten, nachdem du geschossen hast. Deshalb hab ich den mich grad auch nicht gehört, weißt du? Ja. Was natürlich gut für die Ohren war. Oh, falsch. Ich hab hier noch einen Crossbow. Wow. Also ich hab ne Schrotflinte und ne Ozi. Bis jetzt. Ich hab mal Handgranate. Nicht so richtig gereicht. Du wirst ne Schrotflinte oder wirst ne Ozi haben. Ich bin ja noch nicht durch hier. Oh, wenn ich da in meinem Karabiner vorher stehe. Ja, hat sich erledigt bei mir. Also ich hab den Schrotflinte abzugeben. Das heißt, hat sich erledigt? Ich hab ne 16. Achso. Aber immer noch kein Helm. Das ist auch cool. Ah. Sollten sich bloß beschweren. Ich glaub, das ist halt sehr oft. Ja. Es ist halt wirklich so. Du willst irgendwas haben, gehst ins nächste Haus. Ah, drin. Ich geh hier noch im Osten zum Haus. Müsst du wirklich nach Milta gehen bei der Zone? Ja, warum nicht? Weil die Zone genau in der anderen Richtung ist. Oh, nice. Mir ist die Zone sowas von egal. Ich hab ein Zweierhelm hier übrig. Mach hier mal. Ups. Im Bad. Unten. Was ist denn, wer da ist? Ich hab ja ne M4. Ach gut. Oder willst du die bei M16 haben? Nö, ich hab ne M16 selber. Sonst spiel ich die M4. Okay. Wie viel Schuss hast du denn du für deine M16? Oh, boah. 60. Oh, boah. Oh, boah. Oh, boah. Oh, boah. Oh, boah. Oh, boah. Hier oben ist auch noch ein Zweierhelm. Hier hinten. Immer noch keine Rüstung. Ein einziger Rüstung hat da auch einer im Haus drin. Ich weiß noch nicht ob oben oder unten. Ich glaub eigentlich oben. Aber bin grad nicht sicher. Irgendwo lag hier einer. Nein. Nein, hier ist er nicht. Wird schon gesagt. Ach ja, hier. Ich stand da drauf. Ey, Idiot. Okay, let's go. Ich hab auch Healing. Ich hab eins, 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 eins. Sehr gut. Ich hab hier noch einen Booster und Bandagen. Aber vielleicht ist auch, wie man das Spiel spielt, wie gut man daran ist. Ist halt auch so ein Punkt. Siehst du auf den Türen irgendwo? Noch nicht. Ich nehm mal die OZ, äh, die OMP in die Hand in der Hoffnung, dass mir was hilft. Eine fast nackte OMP zu haben. Was steht in die OZ? Oh, fast. Oh, fast. Oh, das lässt sich die mal liegen hier. Oh, leg mir. Aber ich muss jetzt mal irgendwie anders rumlaufen. Ich war zu dumm, darüber zu springen. Ich hab hier auf das... Hm? Ich hab hier auf das Dach. Welches Dach? Achso, das Dach. Mhm. Ich hab hier auf das Dach. Hier waren schon welche drin oder hast du unten aufgemacht im Haus? Ne, ne, waren schon welche drin. Ich hab unten zugemacht. Im Norden sind auch die Türen offen. Ich will eigentlich den OZ abcampen, weißt du? Achso, okay. Ich hab kein einziges Visier, ich sag's nur mal. Äh, komm hier. Dankeschön. Du hast ein Auge auf mich über sie, ich guck nach Norden, Nordwesten. Oder? Ich guck eigentlich gerade nach Osten. Alles wegen. Ich guck mich gerade in Hedl 21 Financials. Ich guck mich nur. Ich guck mich über sie. Ich guck mich, wir differenti. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wo fährst du hin? Ich hab' ich kurz... Nehm' ich auch Bandagen... Hast du noch nen Booster übrig? Einen Okay Den nimm... Achso, den hast du... Okay Dankeschön Okay, können los Ich hab' ich... Das war's. Wenn hier alles zu ist, würd ich fast noch mal looten wollen. Sieht erstmal so aus, dass hier alles zu ist. Ich sehe zumindest kein einziges offene Tür. Hier in den Bannen hier rein. Soll ich mir eine Sniper finden, wäre gut. Hier ist noch eine UMP, wenn du die haben willst. Äh, ne. Ich hab noch einen First Aid Cut jetzt. Möchte ich noch ein Vertical? Braucht die leider selber. Erstmal. Ansonsten ist ja nicht viel drin. Hm. Ich bin zu dumm geworden. Für den Darkjump irgendwie, ich krieg den nicht konstant genug hin. Der ist auch nicht konstant. Das bring ich an dir. Einsteig bitte. Äh. Moment, du darfst gerne fahren. In den Darkjump wird aber schon jemand sein, denke ich. Hm. Sicher nicht schon. Okay. Trotzdem, da wo du markiert hast, denke ich auch wird jemand sein. Ja, wahrscheinlich. Das wollte ich damit sagen. Wenn du noch einen Reddod oder sowas findest, dann kannst du mir gern Bescheid geben irgendwo mal. Ist dies clean. Ist dies clean? Ist auch clean. Okay. Kommen wir looten mal die Häuser hier noch Zwei Reste hier Hab ich schon Charlie SKS im Westen Oder Charlie K K war das Ich hab auch noch eine Zwei Reste und einen Quickdraw für AR Hier ist wieder mit Fighten Ähm weiss ich noch nicht Noten wird auf Wollte ich noch kurz looten oder wollen wir noch einen Booster finden Äh einen hab ich noch Den hab ich noch gefunden Ne hab ich nicht Ja bemeint Den hab ich benutzt um mich zu heilen War haben wo es da ist Ne Pen Katkas Party und hier oben altes Party Ich bin auf die Zweiher Helm falls du noch keinen hast Glaub schon Was ist hier schon drin? Ich geh hoch Ich bin nicht höher und dann wieder zu Könnt von hier aus das Feld ganz gut besnipen wenn du willst Sniper klingt zwar so nett aber Wer hat dort bester Ich hab ein Vertical hier oben Gebe den mal auf Das wird schwierig Ja lass ihn liegen ich komm zurück Ich kann auch ein Jeep wieder wegwerben Such einfach nur noch einen Scope für dich Das ist keins Ich hab nämlich einen Vierer gefunden Was bringt der nicht viel? Ich nehm auch einen Vierer So ist es nicht Ne ich hab für mich eins Achso Ja das stimmt Das bringt mir nicht viel Hier ist ein Zweierskorb hier drin Oh schon da Hier ist dein Vertical Solltest du wieder in das Haus rein? Ja ich würde halt mal gucken wollen Ob ich was vom Feld aus sehe von hier oben Ich sehe nichts auf der Göttger Route Doch ich sehe was Hier Close Contact 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 Äh gelb markiert Gelb markiert In den Häusern Ich würde die gerne rankommen lassen Der hat eine K98 Eine Schallgelümpfte Ne doch nicht Warte mal Okay die kommen jetzt Ah die laufen Ja ja Bleib cool Lass sie kommen Lass sie kommen Lass sie kommen zu uns Ich sehe sie aber nicht mehr zu uns laufen Die sind erstmal im vorderen Haus Ja ich weiß Ah laufen jetzt nach links Ne Ja laufen jetzt nach links weg Oh shit das Alter Willst du nicht schießen? Ne Jetzt habe ich Schussbahn Wollen wir schießen? Ja Jetzt wird es schwierig für mich aber ja Schießen wir gegen dieses Scheißding Schießen wir gegen dieses Scheißding Ich auch die ganze Zeit Scheißding Ich auch die ganze Zeit scheiße Entweder habe ich gegen die Latten geschossen oder ich hatte die Latte direkt vor meinem Visier Bis zum rufen Wohin? Wohin? Oh Gott Markiert Hier links oben ist eine der Karabine Ja 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 Süden fährt ein Auto Auf dem Feld läuft noch einer Rechts zu mir Ich liege Ich liege auch Der ist hinter dem Stein Hinter dem Baum Warte ich liege Ich heile mich noch Oh cool Welcher Baum? Der kann nach hinten weglaufen Westen direkt von mir aus Buggy Oh Fert vorbei Fert weit nix An dem Stein hoch links Leiden rufen wir links hoch Komm Mann Rechts von mir Push hin Dann bleib doch mal liegen Entschuldigung Ich heile mir mal kurz ein First Aid Kit hier Jetzt geh ich mal gucken ob der noch was zum heilen hatte Mh das wär gut ja Irgendwie Booster ich mach hier Ich guck nach links Bandagen Ah 400k Wow Brauchst du noch ein Extended Mac? Ne ich brauch 556 Die hat er auch Oh hier oben am Baum Links von mir genau Hier auf der Kante Ja ich seh's grad Ah ich seh's grad Aber die haben mich wahrscheinlich gesehen 556er hat er aber Ammo Genug Ne hol ich mir Holst du dir? Ok Hat der nur nen Booster gehabt? Ne ne? Ne Der hat er nur Bandagen Auf 300 ähm Harry Potter Wahrscheinlich Gegner Das war mir fast klar Wo ist denn der Typ? Hier oben am Baum Welcher? Ja Ja ok Gut danke Die können hier direkt vor uns move'n Komplett Willst du die jetzt pushen? Ne eigentlich nicht Wir müssen jetzt irgendwie gucken dass wir Äh hier rechts runter oder so Auf was ist ein Feld? Feld kann auch noch liegen ey Scheiße Wir müssen jetzt mal kurz nach links gucken Ruf mal links ein bisschen Ja wir müssen links pushen Auf was ist ein Feld Das ist ein Feld am Fuckboy Shed oder sowas Das musst du dir zurück Ja die haben versucht Kommst du zu mir? Naja ich bin halt nicht mehr an der Zone und die tickt gleich schon Also ich versuchte irgendwie ja 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 Okay no risk no fun Oh Gott Ich steh genau vor dem Baum vor dem Harry Potter Äh ich leg mich mal kurz hier hin und Hau mir nochmal nen First Aid Cut rein Harry Potter ist noch drin Lass noch rechts move'n Komm let's go'n Jetzt ist unsere Chance die kämpfender noch Piek drum Beast auf mich SKS Piek Hat links gepiekt gehabt Move 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 Leine move Jetzt lauf rüber lauf rüber lauf rüber Mach ich Nordosten auch noch Werd beschossen von Fuckboy Shed Läuf mein Karabiner Wie ist du'n? Ja klar Oh fuck it man Auf der Straße auf der Straße auf der Straße Auf der Straße Ich krieg dich Ah ich hab Kontakt Ja Hast du das Kontakt? Am Ende der Straße links Gelber Marker Da unten aber nicht von mir Jetzt von oben Von Harry Potter glaube ich Von Harry Potter glaube ich Arm airdrop, arm airdrop steht da Ich weiß nicht ob ich hier irgendwie pushen kann Wollte dir kommen oder Kannst du nach links zum Watchtower gehen? Kannst du nach links zum Watchtower gehen? Sag ich mal Bin am Watchtower Musstest du auf den Airdrop gucken können? Ja Tote Instant Head Okay einer noch In mir hier oben Okay Cool er muss raus, er muss raus, er muss raus, er muss raus Er muss raus, er muss raus Geh bitte unter die Tür Geh bitte unter die Tür Genau und lass ihn einfach rauskommen Ich hab ihn, ich hab wenn er kommt Wenn er raus geht, hab ich ihn line Geh bitte ins Weiß in die Weißerung Okay ich hab ihn, ich seh jetzt nichts Morgen müsste gleich wieder weg sein Okay jetzt hab ich ihn, wenn er raus kommt sollte Ich werde dich so hören, dass du nicht direkt in die Tür kommst, dass er rausmoven muss, um dich zu sehen Hm Genau, schräg, diagonal Genau Tür ist offen Außen Sehr schön Nein, mein Lieber Wir haben's geschafft Wir haben sogar mal ein Dinner geholt, man Ich hab sogar zwei Kills Ich hab auch nur drei Ja, hier war das Gute Dinner macht man nicht mit vielen Kills Naja, weiß ich nicht Ob da man das unterschreiben kann Naja, weiß ich nicht